Ist es eine ethische Selbstverständlichkeit oder eine schädliche Symbolpolitik? Geht es um Konservantwortung oder Unternehmensregulierung? Und gibt es glaubhafte Alternativen oder sind es sehr leere Orte? Wir freuen uns auf eine spannende und informative Diskussion am 2. November über Konservantwortungsinitiativen. Mit dabei sind wir Gerhard Pfister von der CVP, Jonas Rütti von den Jungfriesingungen, die Regularitze von den Grünen und die Anima Eberhard von der Operation Liderau. Mit dabei sind ausserdem der Stefan Blubacher von Swiss Men und der Christoph Sigrist von Rosmünster Zürich. Mehr Informationen und den Link zum Livestream findet ihr auf unserer Webseite www.generationatandem.ch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017